Ludwig Ganghofer. Es ist 2017, ich habe gerade mein Handy an die Wand geworfen und ich habe noch eine Stunde Zeit, um mich zu entscheiden. Ein riesiger Internethändler hat mich angefragt, einen literarischen Text für eine interne Veranstaltung zu schreiben. Dass ich aus Protest gegen seine Monopolstellung und Arbeitsbedingungen meinen Kundenkonto schon vor Jahren gelöscht habe, stört ihn nicht. Stattdessen will er für ein halbes Jahr meine Miete zahlen. Aber moralisch geht das nicht, denke ich. Aber die Miete, denke ich. Aber das vorgegebene Thema interessiert mich eigentlich auch gar nicht, denke ich. Aber die Miete, denke ich. Es ist ja immerhin keine Waffenfirma, denke ich. Und keine Bank, pflichte ich mir bei. Aber die sind böse, denke ich. Ich möchte nochmal die Miete erwähnen, denke ich. Die Frage, für wen ich schreiben möchte, beschäftigt mich seit langem. Hunderttausende MünchnerInnen haben meine Stimme in den Open-Air-Kinos der Stadt vor jedem Film Gedichte für die Münchner Verkehrsgesellschaft lesen gehört. Meist ohne zu wissen, dass es meine Stimme ist. Ludwig Ganghofer hätte sich nach dem Spot seinen Namen riesengroß einblenden lassen, mit einem Hinweis auf sein Instagram-Profil, mit dem er seine Volksnähe zelebriert. Beim Kaiserjubiläumsschießen im Festtagsgewand. Der Thoma und ich im Hubertus. Meine Vermieterin klingelt an meiner Tür. Dein Agent ist am Telefon, sagt sie. Er kann dich über dein Handy irgendwie nicht mehr erreichen. Ob du dich schon entschieden hättest? Die Miete, denke ich. Für wen willst du schreiben, denke ich. Schreibe ich für einen Deutschkurs? Ludwig Ganghofer war einer der erfolgreichsten Unterhaltungsschriftsteller im wilhelminischen Deutschland. Er wurde 1855 in Kaufbeuren geboren, flog vom Gymnasium, weil er eine verbotene Theateraufführung mit halbnackten... Bis zu einer schweren Erkrankung diente er beim Militär, studierte dann in München und Berlin Literatur und feierte seinen Doktortitel mit 19 bestellt. Bekannt wurde er durch seine sogenannten Hochlandromane, die meist im Berchtesgadener Land spielten und die ein Mitglied der Ganghofer-Gesellschaft als gefällige Provinzliteratur bezeichnet. Schreibe ich für Geschäftsleute. Von Ganghofer können wir alle noch was lernen. Der wusste genau, für wen er schreiben will. Wohlstandsepoche nach dem Deutsch-Französischen Krieg. Auf einmal kann man zur Unterhaltung lesen. Auf einmal hat man Zeit dafür. Stichwort Technisierung. Und BÄM! Da kommt Ganghofer. Zielsicher die Nische für die halbwegs gebildete Mittelschicht besetzt. Wie stellt sich ein Städter in Berlin die bayerische Heimatidylle vor? Zack! So schreibe ich. Dreiecksbeziehung, Mann, Mann, Frau. Eine rauschende, inhaltsleere Sprache voller Adjektive. Der fragende Ruf klang durch den stillen Wald wie der Ton einer silbernen Glocke. Dann ein perlendes Lachen. An einer Wendung des Pfades erschien eine schlanke Mädchengestalt in duftigem Sommerkleid. Und jetzt die Frage. War das aus Schloss Hubertus? Oder aus das Schweigen im Walde? Oder aus der Hohe Schein? Scheißegal, Leute. Der Mann war eine Marke. Das ist das Wichtige. Ludwig Ganghofer kopiert Ludwig Ganghofer. 30 Millionen verkaufte Bücher bis heute. Das schafft nicht mal dieser Känguru-Typ. Und nach dem Ersten Weltkrieg Kino. Sofort das Potenzial erkannt. Zack! Direkt nochmal 5000 Mark pro Film. Emil Karl Breitow schreibt. Eigentlich wollte er nur unterhalten und dabei gut verdienen. Ja, alles richtig gemacht, würde ich sagen. Es ist 2015. Und ich habe mich entschieden. Ich versuche das mit der Marke jetzt auch mal. Wozu habe ich Skandinavistik studiert? Und meinen Magistertitel mit 19 bestellten Zimtschnecken gefeiert? Wie stellt sich ein Deutscher in München die Skandinavien-Idylle vor? Zack! So schreibe ich. Dann ein zitterndes Blöken. An einer Wendung des Pfades erschien eine schmale Rentiergestalt in zottigem Winterkleid. Schreibt es ein bisschen allgemeiner, sagt mein Agent. Du musst auch mal die billigen Witze bringen. Viele meiner ehemaligen Bühnenkolleginnen sind jetzt Kabarettistinnen, Romanautoren, Twitter-Stars oder haben Fernsehshows. Der Känguru-Typ schreibt an einem dystopischen Roman und hat die Filmrechte am Känguru verkauft. Wahrscheinlich für mehr als 5000 Mark. Vor sechs Jahren habe ich noch bei ihm im Wohnzimmer übernachtet. Ich war ganz neu in der Poetry-Slam-Szene und hatte viel Spaß am Schreiben und Auftreten. Er arbeitete gerade an seinem zweiten Buch. Wir sind in der Gneisenau-Straße Döner essen gegangen. Wenn ich gewusst hätte, dass heute mehrere Millionen Ausgaben seiner Bücher und Hörspiele verkauft wurden, hätte ich mich einladen lassen. Meine Freundinnen und Freunde sind laut gegen das System. Sie sind Teil der Debattenkultur. Sie stehen auf der, wie ich finde, richtigen Seite. Wenige von ihnen wollen einfach nur unterhalten und dabei gut verdienen. Sie wollen etwas ändern. Schreibe ich für eine neue Generation. Ganghofer wollte immer einen monarchistisch-patriarchalen Staat, der für seine Untertanen sorgt. Kann man ihm die Meinung seiner Zeit anlasten? Fragt Breitow. Ja, antworte ich. Ja, tolerieren bedeutet akzeptieren. Ich will mir die Meinung meiner Zeit nicht anlasten lassen müssen. Ich will ein Vordenker sein. Ich will etwas in den Menschen bewegen. Sind nicht wahre KünstlerInnen stets innovativ? Stehen sie nicht für Fortschritt statt Erhaltung? Der Künstler stellt sich nicht mehr gegen die Zeit. Er war ihr glanzvoller Repräsentant. Ja, ist es das, was zählt? Sollen das diejenigen sein, die wir erinnern und verehren? Ganghofer, verehrte Goethe. Aber er hat sich den Prometheus mal durchgelesen. Goethe hat sich aufgelehnt, wieder den aktuellen Zeitgeschmack. Er hat dann gleich einen ganz neuen Zeitgeschmack geprägt. Okay, aber zuerst kam die Auflehnung. Immerhin. Ganghofer bezeichnete den Antisemitismus schon 1889 auch öffentlich als völlig veraltet. Es wäre cooler gewesen, er hätte ihn als Grundfall, stupide und zu keiner Zeit gerechtfertigt bezeichnet. Aber ich nehme, was ich kriege in Deutschland zur Zeit der vorletzten Jahrhundertwende. Es ist 2007. Ich sitze im Deutschkurs meines Gymnasiums. Mein Freund Michi liest aus Goethes Prometheus vor. Hier sitze ich, forme Menschen, nach meinem Bilde. Man darf lyrisches Ich und Autor nicht ohne weiteres gleichsetzen, sagt unser Deutschlehrer, Herr Gärtner. Und dein nicht zu achten, wie ich, sagt Michi. Einige Wochen später moderiert er im Musiksaal unseres Gymnasiums den ersten Poetry Slam, bei dem ich jemals auftrete. Herr Gärtner sitzt in der Jury, deshalb wähle ich einen literaturwissenschaftlichen Ansatz und analysiere satirisch ein Gedicht, das ich eigentlich nur für mich geschrieben hatte. Alex Burkhardt interpretiert Alex Burkhardt. Schreibe ich für ein akademisches Publikum. Literaturwissenschaftlich wurde Ludwig Ganghofer oft vernachlässigt. Vielleicht, weil in vielen seiner Werke eine zweite und dritte Ebene fehlen. Wie spannend ist die Literatur eines Menschen, der immer genau wusste, wer seine Literatur lesen wird. Er meinte stets, was er sagte. Fußnote, Breito, Emil Karl, 2005, Ludwig Ganghofer und seine Zeit, Innsbruck, Löwenzahn, Seite 12, akademisches Publikum, ich kann alles belegen, bam, trotzdem, ist Ludwig Ganghofer wichtig. Seine Selbstbiografie schildert die Kultur und das Gedankengut seiner Epoche. Aufkommender Alpentourismus, scheinheilige Sexualmoral, Monarchiebegeisterung. Seine Romane schildern das Brauchtum der damaligen Landbevölkerung aus Sicht von einem, der sie extrem gut kannte. Kirchtag, Preisschießen, Wilderei. Seine Kriegsberichte schildern den Frontalltag zwar propagandistisch. Singende deutsche Blaujacken, das überlegene Warten auf die Engländer. Aber sie schildern ihn. Ganghofer war fast 60 Jahre alt und seit über 40 Jahren untauglich, als er einen Brief ans Ministerium schrieb und um Verwendung im Kriegsdienst bat. Und Wilhelm II., die Waffenfirma des beginnenden 20. Jahrhunderts, gab ihm die Aufgabe, den bangen Deutschen beruhigende Eindrücke der vorzüglichen Frontstellungen zu schildern. Es ist ja immerhin kein Internethändler, dachte der beim Volk beliebte Ganghofer und fuhr nach Ostende. Seine Miete bezahlte er angeblich immer pünktlich. 2017 Nachdem meine Vermieterin eine Bezahlung in Form von Buchlesungen abgelehnt hat, sage ich den Auftrag für den Großkonzern zu. Zumindest in den nächsten Wochen weiß ich also, für wen ich schreibe. Und es gefällt mir nicht. Schreibe ich für Ludwig Ganghofer? Was mache ich mit dir, du Quotenbringer, du? Herrgott, du entziehst dich dem Stereotyp, nachdem du deine eigenen Figuren schnitzt. Unterschlägst in deinen Romanen die Modernisierung und bist Aktionär der AEG. Bist gegen die Zensur und lässt dich von der Presseabteilung zensieren. Bist liberal und Preußen-Fan, wirst an der Front verwundet und trittst anschließend für ein Jahr in die NSDVP ein. Hast den Antisemiten Thomas zum besten Freund und bist mit einer Jüdin verheiratet. Forderst das Wahlrecht für Frauen und machst sexistische Kommentare über nicht mehr jungfräuliche Französinnen. Schreibst historische Romane über soziale Konflikte und feierst privilegierte Künstlerfeste. Wirst als Alpenkönig gefeiert und kannst nicht mal Dialekt sprechen. Deine Sprache ist ein Instagram-Filter. Da ist nichts echt. Ludwig, sag, hast du Spaß am Schreiben? Deine letzten Worte waren 1920 angeblich Ich bin so glücklich. Da hast du dich doch noch mit Goethe vereint. Denn das hat etwas Faustisches, zu sterben in dem Moment, in dem du das Glück formulierst. Es ist 2005 und ich formuliere erstmals mein Glück auf Papier. Ich schreibe ein Liebesgedicht an Eva-Maria Waldner. Diese Stimme ist unglaublich. Wenn ich sie höre, schmelze ich dahin. Und mein Herz wird warm und fröhlich. Und mein Leben hat einen Sinn. Tatsächlich ist es überhaupt das erste Mal, dass ich das Bedürfnis habe, etwas künstlerisch zu verarbeiten. Für wen habe ich das getan? Für Evi? Sie flüstert den Text leise mit, als sie ihn liest. Doch tanzen kann ich leider kaum und auch nicht gut Gedichte schreiben. Da darf man lyrisches Ich und Autor natürlich nicht ohne weiteres gleichsetzen, sage ich. Und sie lächelt. Die Lachenden sind immer die Starken, hat Ludwig Ganghofer geschrieben. Und da kann ich ihm zum ersten Mal aus vollem Herzen zustimmen. Er hat es mir nicht leicht gemacht, ihm gerecht zu werden. Doch in der Beschäftigung mit ihm habe ich viel über mich gelernt. Ich habe in meinem Leben für den schüchternen Jungen geschrieben und für die Anerkennung. Ich habe geschrieben, weil ich Menschen etwas mitgeben wollte. Ich habe für die Marke geschrieben und für die Miete. Ich habe geschrieben, obwohl es mir keinen Spaß mehr gemacht hat. Ich habe zu selten für mein wichtigstes Publikum geschrieben. Mich selbst. Es ist 2020. Ich bin 31 Jahre alt. Und wenn ich eine Figur in einem Ludwig Ganghofer Buch wäre, wären Eva und ich heute verheiratet, nachdem ihr zuvor der Sohn des Jägers avancen gemacht hätte. Es ist 2020. Ich schreibe ein Liebesgedicht. Und ich zeige es niemandem. Ich zeige es niemandem.